Ah, soll ich ein paar Stonebricks machen? Was ist hinter mir? Ach, du hast gerade das Holz eingesammelt. Ja. Hust, Stonebricks, hust. Ja, mach. Ja, Stonebrick. Finde ich gut, gefällt mir. Haben wir nicht welche, aber mach. Wir haben nicht so viele. So, dann ist ja noch zwei hinter. Spleeve! Oh, meine Schaukel! Meine Goldkugel! Wo hab ich das eigentlich hochgeladen? Auf MX Minecraft oder MX Gaming? Ja, du hast letztens Minecraft Sachen auf MX Gaming hochgeladen, hab ich mir auch so gedacht. Minecraft Sachen? Ja, also, ein Trailer. Hast du auf MX hochgeladen? Äh, also... Hä? Ja, dein letzter Trailer, muss mal noch gucken. Wie weit bist du eigentlich mit Burg des Schreckens? Äh, genau so weit wie wir gestern gemacht haben, weil ich hab dann gestern Nachmittag für meine Deutschschulaufgabe heute gelernt. Spoiler doch mal in aller Öffentlichkeit. Dass ich für meine Deutschschulaufgabe gelernt hab? Nee, mach's mir egal. Ich hab für Deutsch gelernt! Nein, wie kannst du nur, IMAX! Achso, für das nächste Event of QNation... Du führst doch nicht noch weiter aus! Boah, IMAX! Schleichwerbung! QNation.de Achso, bewundert euch mal das wunderschöne Mindcape von Bloody! Ihr habt ein Tutorial und bald folgt ein English Tutorial! Da laber ich dann auf Englisch! Nein! Das kannst du! Du, auf Englisch? Yes, my English is very good! Lach! Aus, lach! Very well! So, YouTuber... Und dann gehen wir mal auf YouTube da... Und gehen mal... Ja, ich guck jetzt ein paar YouTube-Videos... Ich hab keinen Bock auf, weil wir hier so abmelden... Und dann melde ich mich mal mit dem anderen Account an. Und zwar... Was tust du denn jetzt während der Aufnahme? Ja, ich will gucken, ob ich echt... Jetzt hör auf mich zu hauen! Bloody! Ist er eine Kante, oder warum fällt der da nicht runter? Alter, lass den Scheiß! Die Leute ärgern sich schon immer, dass wir die Level so verschwenden. Jetzt bauen wir eigentlich einen Enchantment drauf. Hey, haben wir Bücherregale? Ja, soll ich schon mal hinpflanzen? Nein. Nee, äh, die sollst du per Zierde die ganze Zeit in der Hand halten. Toll, jetzt haben wir ein Schwert mit Knackbein. Micha? Hat jemand noch zu futtern? Oh, geil! Das ist in der... In diesem... Halb unter Tage Dingen neben den Tieren. Ah, okay. Ich guck da so einen Hund die ganze Zeit an. Nein, ich bin die gefangen! Hilfe! So. Zack! Geil! Ähm... Das ist jetzt aber irgendwie ein massive Fail. Also ich würde hier keinen Pisten hinsetzen, sondern, ne? Sondern? Keine Ahnung. Zum Beispiel. Genau. Hier zum Beispiel. Ich würde hier oben einfach offen lassen, dann kann man so raushüpfen. Ja, das ist schon klar. Aber wie... Wie wollen wir dann die Level verändern? Also ich... Wie viel ist denn... Egal. Neko, du machst schon. Werde ich jetzt noch ganz schnell hier klicken, sie hier mal überspringen. Hä? Ich hab doch... Verdockt. So, ich hör mal eben... Wanda Mike und Franz Sieban. Aha. Oh, wir haben schon wieder Nacht. Creeper im Haus. Äh... Ich hab... Ich hab kein Trailer hochgeladen, das war... Magic Lounge. Äh... Ja, oder die Sachen. Magic Lounge und äh... Kay, passt so. Über Max Gaming. Ja. Weil wir dauernd im LP drüber reden. Ach so. Entschuldigung. Und weil... Unser Kanal nicht nur ein LP-Channel ist, sondern auch Tutorial-Channel. Ja, Entschuldigung. Und IMAX Minecraft ist nur für Trailer. Entschuldigung. Soll ich etwas meinen wollen? Äh, Quashi, ja, hier, guck. Da kannst du zwei wegmachen. Nein, 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 nein. Lass ihn mal an, dann ist er wenigstens nicht oben in der Nähe vom Dorf und kann nichts kaputt machen. Hier, Quashi, hier, Quashi, da. Er kann auch einfach mit uns bauen. Unten gibt zwar noch eine Höhle zu erforschen. Ach so, ich hab fucking vergessen. Also muss ich doch nochmal hoch. Nein! Du sollst doch nicht so weit rein meinen, du Checker. Du musst doch nur... Komm zurück. Du musst doch nur zwei... Du musst nur zwei in die Wand, du Null. Boah. Alter. Ja, Intelligenz ist, äh... So. Ich hol mal Redzone für die Verkabelung noch. Schön, dass ich jetzt tausendmal laufe. Bloody kann ja schon mal so ein bisschen, äh... Ne, kann er noch nicht. Wie oft kommt dieses Glieder? Ja, aber ich weiß ja nicht, wie ihr euch das vorgestellt habt. Wenn ich jetzt meine Vorstellung verwirkliche, ist es wieder Fail und ich werd wieder blöd angeblasft. Das passt doch so. Dann kann man immer hier so raus, so ganz episch. Bam. Ah ne, kann man Leitern an Bücherregale, ja. Ich brauch Leiter. Hm. 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 Wo du das eben meintest mit den Minen, ne? Also ich würd Minen... Dieses Streckenmine würde ich nicht machen im Let's Play, ne? Also wir können da lieber mal demnächst Streckenmine gehen. Ja, sag ich ja... Was? Ähm... Sag mal, wie hast du das jetzt... Niko... Wohin mit den, äh, Stormbricks? Tadaa! Ja, um die Pistons rum. Ne, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich die hier verkabelt, äh... Tue. Tue. Und warum schmeißt du mir den ganzen Schraub dann zu? Schau dich an. Damit du das dann gleich hier verschönern kannst. Äh, hier kommt grad ein Schwein rein. Haha, bloody! Oh, wie gut ist das? Was? Was, der? Schau dir die Schweine an! Nicht kill, nicht kill, nicht kill! Schau mal! Das möchte was von bloody. Schau mal, wie es hinschaut. Oh, ein Schwein da so VousLime spielt! Oh, ein Schwein da so was Slime spielt! Stimmt ja, wir brauchen ja Slime noch. Ein Schweinchen... Umei, ein Schnometerbläschenbet! Also, das nächste was wir machen ist unser Betten nur überziehen. Ooh. und Wolffi hat jetzt 56 HP Level Dings produziert. Kann mal einer einen Schalter holen? Ich kann einen craften. Ich kann keinen craften. Ach warum machst du denn da jetzt Leitern hin? Dadurch sind die Bücherregale nicht mehr wirksam. Nicht? Nein. Das ist gleich wie wenn du da fucking hin machst. Ist ja gay. Für was hab ich denn so viel? Zieh mal hier so eine Wand rein. Dir so. Geh noch mal die Leitern. Ich weiß was damit alles passiert. Und so noch. Wie du kannst doch einfach so da rausspringen. Was wollt ihr denn? Seid ihr denn alle inkontinent? Was? Kontinent? Wir können auch einfach hier oben stehen bleiben und rechts klicken. Jetzt läuft er weg mit den ganzen Sachen. Ich hab da nur die Leitern. Ja und was? Okay ich bin schon wieder auf dem Weg. Sag ich dem zweimal zieh da mal ne Wand rein und er gibt mir die Leitern. Wer kann denn schon wissen dass du mich meinst? Äh wo soll ne Wand rein gehen? So? Und hier so? Also quasi so? Ja genau. Noch einen hören? Beziehungsweise... Ne passt schon. Äh ja noch einen... Nein. Doch. Nein doch. Warte. Ja musste eigentlich ne? Ja. Noch ein hören. So und jetzt muss hier noch so ne Kuppel hin. Irgendwie da drüber. Kuppel? Ich weiß schon wie... Mach doch erstmal die Schaltung. Das ist jetzt am wichtigsten. Ja ich brauch nen Schalter wo ich das jetzt ganze dran verbinde. Alle? Nicht nur immer einzeln? Ja klar. Alle. Alle an einem Schalter ist ja gay. Ja ich kann auch 3 sehr gay äh 3 Schalter machen. Ja guck mal. Da kannst du abbauen. Quaschi ist ver... Pzak... Pzak... Wie. Ooh es wird dark. Ich find unser CN-Logo ja sehr bewundernswert. Was hältst du eigentlich von bloody? Also du meinst das äh neue Logo von CubeminessNation.de. Ja bei uns auf dem Shower, was links oben in der Ecke passiert. Ich hab es gesagt. Das ist zu mir leid, dass ich mit so einem kompetenten Leuten hier das Let's Play machen muss, aber ich entschönige mich. Also, ich find's genial. Ich bin ja wieder da. Mir fällt grad einer, ich weiß grad ne dumme Idee des Zähnten. Ich ernte mal unsere große Farm. Water to the ground. Loll. Also, mein Internet hat heute irgendwie seine Tage. Oh, du nicht? So, da. Na, Hundi, macht schwimmen Spaß? Oh. Haha, sorry. Ich glaub, IMAX hat auch seine Tage. Ich sprech nicht mehr mit dir. Hat jemand ne Ho für mich? Nein, aber ein Bro. So, ich brauch eine Ho. Hundi, ab. Die Ho von Bro. Die Ho, Bro. Da ist schon wieder ne Spinne bei den Tieren drin. Kaum mach ich bei meinem Let's Play mit. Bei mir ist überall einfach ein Spinne. Achso. Ja, das stimmt eigentlich. Korschi und die Spinnen. Ohne Mist. Beim Let's Play war die ganze Zeit nicht wirklich was mit Spinnen. Und vielleicht sollte ich mein Schild doch nochmal ändern. Von der Spinne in die Spinne. Der Gespinnte? Oder noch lengthyし! Das kann ich nicht fundamentieren. Holger, Holger. So, dann brauch ich jetzt eine Ho. Nicht die hier oben. Und das sollte ein Problem sein. Hleinges. Die Tür baut. Und die Türschen. How the doos. Da das hier war. Musst du nicht verstehen, das war jetzt mal ein Schnelltest, ein Schnelltest. Wie baut man nochmal Redstone Repeater, war das Kabel oder Cleanstone? Cleanstone in der Mitte, Redstone Scheiße und links und rechts eine Fackel. Ja deswegen, warum haben wir Clean oder? Warum haben wir kein Clean mehr? Ich begrüße Sie. Weil Quashy alles zu Dings gemacht hat. Nein, das ist noch im Ofen, was? Halt, Stopp, der hat nicht alles zu Dings gemacht. Am Ofen ist noch eine ganze Menge. Eigentlich haben wir es hier wunderschön. Ja, nur du störst. Danke. Ich hab dich auch lieb, ne, komm on. Oh, wirklich. Neko, neko, neko. Neko, neko, neko. Der hat alle so gelitten. Was sagt der richtig? Neko. Litten, Mon. Geh, Litten, Mon. Gelitten, dich gelernt. Nein. Gelitten to the ground. Hier haben wir unsere nicht-geheime-geheim-farm geerntet. Hier, mach mal, äh... Ja? Das Kabel von da hinten hier einmal so rüber. Von wo? Ja, da ist ja noch eine Pisten nicht verbunden. Echt? Ach da. Diese Redstone-Profis immer, ey. Ist Nuki eigentlich noch hier im Channel? Nein. Warum arbeitet der nicht? Wollen wir aufnehmen. Nuki, Nuki. Ich brauch einen Repeater. Und die Boxen aus. Ach so. So. Ah, vielen Dank. Dann haben wir das jetzt auch geschafft. Ich brauch auch Repeater. Tada. Also wir können das alles, äh, viel kleiner bauen, wenn wir noch... Ich baue jetzt noch tausende Repeater. Sieht viel gut aus. Screenshot. Hallo, Hundi. So. Dann... Machen wir mal das Inventar wieder ein bisschen leer da. Ich hab jetzt übrigens drei Stacks Weizen geerntet. Weizen. Richtig. Was, du hast im Inventar einen Lehrer? Meinst du etwa Lammöl? Meinst du etwa die Pokémon? Oder etwa die Mindestvertragslaufzeit? Wo ist eigentlich Bloodyhand? See, Anemone. Na, okay. Wo ist Bloodyhand? See, Anemone. Okay. Nein, ich spiel nicht mit Verrückten. Mob-Drop. Oh, da ist wir ins Teams-Pick gekommen. Der Jonas. Kennt den überhaupt noch wer? Hat Jonas eigentlich damals mit Jonas 2297 mitgemacht? Oder 2297-X? Ich glaub mit dem X. Echt schon? So, ich... Ian, Max, Zeit, wann macht er beim LNB mit? Aha. Versteh ich nicht. Ich auch nicht. Max? Warum hat der denn... Ach, wir haben da alle Max stehen. Ja, das ist die Welt. Ja, die andere Welt, wo wir waren, die heißt ja Kirche. Kirche. Kirche, ja. Hast du was gegen meine Aussprache? Gegen mein hartes Raffenschwass. Schweizer Kreuzerröppelde. Hier, was ist eure Lieblingsschokolade? Das hatten wir auch schon. Neko? Prinzessin Michael. Oh, ich hab's. Nee, Prinzessin Michael. Ich darf auch. Quasi. Hi, Max. Ich bin durch dich durchgerannt. Oh, ich bin durchgerannt. So, Scheidung ist fertig. Wow, wir sind so cool. Wir hätten uns vielleicht mal die Slime-Chunks merken sollen. Jo. Nein, hätten wir nicht, weißt du warum? Hat jemand Leiter? Dann kann jemand bitte jemand Leiter dran machen. Nein, dann funktionieren die Bilder nicht mehr. Ja, das hatten wir aber gerade schon. Ja, wir brauchen jetzt hier drüber halt die Dingens, ne? Ja, IMAX ist da. Hallo. Hallo. Hö. Bloody? Ja. Ja. Damit mein Hund dich tötet. Au. Bis zum nächsten Mal. Alles. Höhöhöhöhöhö